Was ist eigentlich nicht relevant, was ich hier gelassen habe? Eigentlich ist es gar nicht relevant, was ich hier gelassen habe. Ich glaube zwar wirklich daran, aber es ist halt die Tatsache heute, dass sich die Inhalte permanent verändern. Die Welt dreht sich extrem schnell, immer schneller. Und wenn du nicht zwischen irgendetwas machst, um etwas up to date zu bleiben, dann bist du weg. Was ist eine gute Frage? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das relativ lange überlegt, denn es gibt verschiedenste Anbieter auf dem Markt. Letztendlich bin ich an verschiedenen Orten schauen, habe mich schlau gemacht. Und am Schluss hat mich am IFZ eigentlich überzeugt, dass man Referenten hat, die aus der Praxis kommen. Also es sind nicht nur Leute, die einfach das Leben lang nie etwas anderes gemacht haben, als irgendwelche Bücher abgeliert oder so, sondern nein. Die Leute stehen in der Praxis, kommen zurück, machen eine Teilzeit-Lehrtätigkeit, teilweise auch Vollzeit-Lehrtätigkeit und diese aus ihrem Alltag und aus ihrem Fundus schöpfen. Und das Spannende ist eben, während dieser Ausbildung hast du immer wieder Kontakt zu ganz faszinierenden Persönlichkeiten. Wenn ich zurück überlege, drei Sachen. Die Reihenfolge ist jetzt schon schwierig zu sagen. Es ist auch ein alles gleiches Gewicht. Zuerst hatten wir eine riesige Geschichte mit einer Studienreise. Wir waren in Asien und in Berlin. Das war eine unglaubliche Geschichte. Einerseits hatte man viel Eindrücke in fremde Kulturen. Andererseits hat es dir erlaubt, die Klasse näher lernen zu können. Und das ist eigentlich gerade der zweite Grund, den hier als Highlight heraussticht. Die Klassenzusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus der gleichen Branche zwar, aber aus unterschiedlichsten Banken. Die haben zusammen diesen Spirit ausgemacht, welches es am Schluss so spannend macht. Also man hat ähnliche Fragestellungen, ähnliche Probleme und trotzdem geht man ganz anders dorthin in den unterschiedlichen Banken. Und das dritte, das habe ich eigentlich schon einmal erwähnt, ist in diesem Sinne eigentlich die Referenten und Dozenten, die man am IFZ. Das ist eben das Coole. Du kannst heute die COS und die DAS kombinieren zu einem Masterlehrgang. Also du kannst mit kurzen, relativ kurzen COS-Lehrgängen, die gehen jeweils etwa sechs, sieben Monate, kannst du blockweise etwas abschliessen. Und das ist mir natürlich extrem entgegen gekommen. Weil, als ich früher, vor ein paar Jahren mal geschaut habe, will ich einen Master machen, war für mich klar, ich will mich nicht auf zwei Jahre heraus verpflichten. Nein, viel mehr, ich will mal, sagen wir jetzt mal ein Jahr etwas machen. Und dann kann man immer noch weiter schauen. Und heute ist das eben alles möglich. Heute kannst du mit drei CAS Richtung Master unterwegs sein und am Schluss noch eine Diplomarbeit draufschreiben. Eigentlich ist es so, es fehlt wirklich nur noch die Masterarbeit. Und wenn in der nächsten Zeit, in den nächsten ein, zwei Jahren ein Fernster draufgeht, wo ich A, ein gutes Thema habe, weil das braucht es natürlich. Und wenn ich auch Zeit habe, familiär und einen Beruf, dann werde ich das sicher auch noch machen. Und dann kann ich auch noch ein paar Punkte. Und dann können wir auch mal noch was das sicher auch machen. Jetzt gilt es auch noch mal der Bethesdauer. Und dann auch mal das Gerät. Und jetzt noch einmal die Stadflap! Und dann schauen wir mal die Stadflap! Vielen Dank.